ja hallo und recht herzlich willkommen zurück zu the forest hier ist noch mal drei vier minuten noch mal nach kommentiert weil das was wir am ende noch mal aufgenommen haben circa zehn minuten lang sind und das vielleicht für ein paar bisschen zu kurz wäre aber ja lasst uns da nicht verzagen sondern einfach deinem video anschauen wann war das schlecht gereimt los geht's ja hier sind wir jetzt immer noch an den bau unseres häuschens wo wir für 91 holz brauchten und ich glaube da waren wir nicht mehr so ganz entfernt gewesen ich glaube die hälfte müsste man schon fast haben da ist unser häuschen von hier sieht es noch ganz schön leer aus okay es wird bisschen mehr cool ist doch schon gut ich bringe die 61 ich bringe mir die 63 jetzt hier energie ja doch das wäre ganz gut ja das ist das letzte video angesprochen hatte dass wir das mit der energie dass man halt die aus unseres wissens bis dorthin noch aus soda gewinnen konnte bloß aber halt mit dieser bank es doch dann funktioniert hat ich glaube dass wir es in diesem videoclub auch noch mal zu sehen ich schaue aus für den im feuer hier ist der wasser näher probiert hier schwebt oder essen in der luft ach so ja du lösch dich von innen soll ich mich drauf gesetzt habe ich dann gesehen die energie wird ja mehr möglich da haben wir angesehen es funktioniert auch perfekt genau ist egal cool wir verballern hier energie scheiße verdammt das muss man erst mal wissen ne also so hier ist gleich das video zu ende das unkommentierte von mir nach kommentierte ist gleich zu ende und das andere video geht aber halt gleich weiter wo es noch die letzten zehn minuten ungefähr noch drauf sind wo wir noch das bisschen gebaut haben und so machen wir das ding jetzt mal fertig hier im nächsten part jetzt wird es aber wieder kalt hier so wir sind wieder zurück bei mir ist meine festplatte voll gelaufen weil wir so lange am stück jetzt aufgenommen hatten aber ey war schwer da kommt welche da kommen welche oh gott oh gott schnell noch ein paar schnell wir hatten jetzt über zwei stunden am stück fast aufgenommen gehabt da ist natürlich dann auch irgendwann mal die festplatte voll fertig jawoll da können wir uns dann sogar noch hier so ein käfig bauen äh wo wir dann eigene kaninchen züchten könnten das ist natürlich dann auch übelst geil und jetzt habe ich auch hier rausgefunden dass man das hier wie soll ich sagen halt unser unser beet ist und da könnte man können wir selber medizin herstellen dann können wir uns dann halt selber heilen eigentlich haben wir alles fast hier so wie fehlt es noch sechs stück keine ahnung jetzt wir sind sechs stück ich gehe mal hier hinten hin oh da ist Lena komm schon hebt das Ding auf dann können wir endlich speichern ja mit den Verbindungen und Steven sieht jetzt so ein bisschen anders aus Steven ist auf einmal rausgeflogen ich wurde kurz rausgekickt weil ich halt nicht im spiel war ich muss mich aufwärmen ist doch so kalt warte ich bringe die letzten oder? ne du hast 2 habe ich noch da unten liegen ich habe auch noch 2 liegen die können wir da vielleicht hier so noch so ein kleines Ding bauen das können wir gleich mal probieren b ehhh ne ja genau Lockholder ja wo ich hier so hin brauche oder 16 Stecker hey geil schnell aufwärmen speichern naja C oh C bei mir zeigt doch gar kein Slot an aber wahrscheinlich weil du ja den Server machst genau der wird schnellste Internet hä sonst alles ok bei dir so hä Bro und das Rautschirm und was hast du jetzt noch gemacht naja ein bisschen hier Häusler gebaut ah hier Steven komm mal mit hier machen wir noch so einen Holder rein ok gut reicht nicht warte mal hier könnten wir mal noch machen paar Minuten hast du ja noch äh und zwar äh warte äh trap 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 hm das gibt es noch nicht äh das brauchen wir eigentlich nicht oder äh 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 ein Bett was ist das ein sepp collector für was denn das gut sepp collector ey die sind draußen hier links aber ich kann aus dem Fenster dritte oh Gott macht die Tür und so da kommt doch rein die geht nicht du warte mal ich guck mal schnell nochmal weiter die Schweine die Schweine die haben es gefunden ah hier Snackbar genau das wollte ich da haben Junge da hat er da was hingelegt was ist denn das hier was denn das steven steven was denn hier dre ich mal um was sind das hier unten das ist ja nicht die jene ich glaube hier ist hier was ja aber was naja so zwei Köpfe und so ja ja okay ich hab's kaputt gemacht hm hm die sind aber auch wieder weg hm 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 die haben uns ja nicht lange besucht das trinken wir ganz gut hm warte mal hier haben da ich hab auch das ist ein scheiß Buben hier wo hab ich denn die Baustimme vor uns gehabt das essen wir auch ganz gut ey ich mach mal was Knife-Eifen Junge ach ja die 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 oh was nu ach du scheiße oh Gott hier ist einer ich geh rein ins Haus du hast oh das ist doch bloß einer oder willst du ihn alleine machen oder was ich weiß nicht warte ich komme der holt ab ja los 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 ja gemeinsam sind wir ist der tot? ja ich schlage den Kopf ab jawoll du Bitch ach guck mal was fehlt was denn der hat uns unsere Stangen weit genommen siehst du das? ja ja da unten rennen wir noch mehr an na gut fucking kunde ihr seid ja böse Medizinkabinett ok rockholder können wir zwar mit kann ich mir auch mal hier bauen und der Falle war was was? ach muss ich das noch töten vorher? was denn? scheiße das ist in der Falle muss ich bestimmt vorher drauf schlagen oder sowas da war das vielleicht das was ich vorhin so gesehen habe ach ich brauch aber doch Dings oh Gott essen oh Gott das hat nicht erreicht das war wohl schon verkohlt weißt du ich saß hier gemütlich hab meinem zugeguckt und dann stand der direkt vor mir du kannst doch die Kamera noch bewegen wen kann ich bewegen? die Kamera bewegen wenn du auf der Bank sitzt ah weiß ich da stand der direkt vor mir boah cool so was sagst du? wollen wir erstmal aufhören? da wollte ich erst nochmal hin und dann speichern wir nochmal und dann gehts los ich jetzt wieder zu dir mit der Bank das ist schon echt cool aber das machen wir zum Abschluss wir speichern erstmal ja ich bin durch Feuer gerannt so du hier jetzt speichern so gehe ich hier ins Bett speichern jo sehr schön so ja ja da zieht auch mein mein alter Freund dass wir hier noch unsere schönen Tage hier verbringen dass wir hier nochmal zusammen kommen Mensch ja das hätte ich auch nie gedacht auf meinen alten Tage hier unsere Blockhütte nochmal schön zu sehen hier unser schönes Feuerchen unser leckeres Wasser mein Block, mein Block und ich sage damit tschüss und bis zum nächsten Mal bei The Forest mit Steven Seas the Sun haut da rein tschüss ciao weeeeee